Mittwoch, 3. April. Sports Idols. Die Medienschau mit Felicia Mutterer. Präsentiert von Karo Healthcare. Hallo und willkommen zu den aktuellen Schlagzeilen des Sports. Mit dabei heute Elisa Liharus, Sportpsychologin unter anderem bei Alba Berlin und bei Union Berlin. Ganz genau. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo Felicia, vielen Dank für die Einleitung. Ehemalige Leichtathletin bist du auch. Ehemalige Leichtathletin bin ich auch. Ja, ganz lustig. Irgendwie total im Teamsport gelandet, aber selber komme ich da gar nicht her. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Was hast du in der Leichtathletik gemacht? 100 und 200 Meter, Kurzstrecke und ein bisschen Staffel. Wie schnell bist du heute noch? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es noch testen wollen würde, aber ich würde es versuchen, noch unter 13 zu laufen. Unter 12 schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Wir beide haben uns im Berliner Senat kennengelernt bei der Anhörung Frauen und Geschlechtervielfalt im Sport. Teil 1, Frauen im Ballsport. Und du hast von deiner Arbeit eben bei Alba Berlin berichtet. Sitzt du denn lieber bei einer Anhörung oder in einem Podcast? Ich glaube, die Anhörung ist total wichtig. Ich glaube, deswegen waren wir auch beide dort vor Ort. Aber sich im Podcast zu unterhalten oder noch lieber in der Halle oder auf dem Platz zu sein, das muss ich dann doch zugeben. Ein Thema, das uns beide beschäftigt und dort auch beschäftigt hat, ist eben die Sportförderung. Und damit beginnen wir jetzt auch. Wo bleibt denn hier die Verteidigung? Die Acht- bis Zwölfjährigen sind die neue Risikogruppe. Und Risikogruppe bezieht sich hier auf die körperlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen, die nämlich drastisch zurückgegangen sind. Was natürlich einhergehend ist mit Gesundheitsrisiken. Besonders gefährdet sind demnach auch die Mädchen. Das hat eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung herausgefunden. Und demnach bewegten sich schon vor der Pandemie nur die Kinder unter zehn Jahren. Im Durchschnitt 60 Minuten am Tag. Und 60 Minuten am Tag sind deswegen so wichtig. Weißt du es, Elisa? Hilf mir auf die Sprünge. Weil das die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt. Was auf jeden Fall die Kinder an Bewegung brauchen. Und die 11- bis 13-Jährigen brachten es nur noch auf 46 Minuten täglich. Und Jugendliche ab 14 Jahren, die sackten noch weiter ab. Und zwar auf weniger als 40 Minuten. Erschrecken dich diese Zahlen? Also so, wenn sie in Zahlen ausgedrückt sind, natürlich irgendwie schon. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, durch meine Arbeit bei Alba so unser täglich Brot. Und wo wir natürlich versuchen, genau dagegen anzuwirken, auch ohne die Zahlen und Daten und Fakten, die ich ehrlicherweise dir gar nicht so nennen könnte, wie du sie jetzt so schön präsentiert hast. Ich glaube, aus so einem natürlichen Prozess heraus entstanden zu sagen, wir möchten grundsätzlich dafür sorgen, dass A, auch mehr Chancen bestehen, dass Kinder und Jugendliche auch frühzeitig irgendwie in Kontakt mit Sport kommen können. Da, wie gesagt, auch eine Chancengleichheit besser ist. Und nicht nur, weil ich zu wenig Glück habe, in dem Stadtteil zu sein, wo dann eben noch der Sportverein nebendran ist und ich deswegen zum Sport komme. Also, dass so diese Zufälligkeit nicht mehr passiert, sondern dass alle im besten Fall, egal wo jetzt in Berlin ich lebe, einfach Zugänge zum Sport haben können, um dann damit natürlich auch zu beheben, ja, die erschreckenden Zahlen, die du gerade genannt hast, dass eben Kinder und Jugendliche vermehrt weniger Sport machen und wahrscheinlich auch durch die Pandemie noch weniger. Du wirst uns gleich ein bisschen mehr über die Arbeit bei ALBA berichten, aber noch einmal ganz kurz zurück, wo es denn überall so hinkt. Denn ein Hinkefuß ist auch der Schulsport. Also, der ist einfach in Deutschland wirklich sehr stiefmütterlich, wird der behandelt. Lehrpläne können nicht umgesetzt werden, weil entweder, ja, Sportstätten fehlen oder, ich weiß auch nicht, das halt das Erste ist, wenn Lehrermangel existiert, dass man darauf verzichtet. Also, es ist im Grunde genommen wirklich so ein Fach, wo immer alle sagen, ach, ist auch wurscht, wenn es ausfällt. Dabei ist es eigentlich so wichtig. Und ich habe gelesen, die ARD hat dazu recherchiert, dass in Berlin, wo wir beide auch zu Hause sind, jede vierte Sportstätte beschädigt ist und 57 Sportstätten in der Hauptstadt sogar komplett gesperrt sind. Und es ist aber nicht nur ein Berliner Problem. Es gibt zum Beispiel 18 Schulen in Köln ohne eine eigene Sporthalle. Und insgesamt ist es eben so, dass von 283 Sporthallen in Köln fast jede sechste gesperrt ist, was eben dann eben auch dazu führt, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass Sport eben ausfällt. Und allein in Berlin wäre eine Milliarde Euro notwendig, um Schwimmbäder, Turnhallen oder eben auch Sportplätze zu sanieren. Und bundesweit, und da schlackern einem die Ohren, würde es sogar 31 Milliarden Euro kosten, den Verfall zu stoppen. Aber, weil wir natürlich jetzt hier nicht nur jammern wollen, Elisa, sondern du auch höchstpersönlich dagegen tätig wirst, möchten wir das Beispiel Alba Berlin zeigen. Denn du hast für Alba Berlin als Kiez- und Sozialraumkoordinatorin auch begonnen, ein umfangreiches Jugendprogramm für und mit Alba zu gestalten, um eben Kids im Kita-Alter und eben auch im Schulalter in den Sport zu bringen. Was genau hast du da aufgebaut? Genau, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade genannt hast. Nämlich, das finde ich, was ich bei Alba kennengelernt habe, mit der Arbeit so kennengelernt und schätzen gelernt habe, ist nämlich, dass es wichtig ist, natürlich die Missstände, die du gerade so aufgezeigt hast, natürlich publik zu machen. Das ist wichtig. Und trotzdem aber auch ins Handeln zu kommen und was zu tun. Und ich finde, Alba ist da einfach ein Akteur. Neben anderen definitiv auch. Union finde ich auch sehr stark in der Jugendarbeit. Ich kenne es jetzt einfach intern von Alba sehr, sehr gut. Ja, die sich da seit Jahren, seit 2005, 2006, sehr im Jugendbereich, in der Jugendarbeit engagieren und eben sagen, wir sind nicht nur ein reiner Basketballverein, sondern wir können und wir wollen mehr, weil wir eben sehen, aufgrund der Strukturen, die herrschen, die nicht unbedingt gut sind, ja, dass es einfach auch Stärke von den Vereinen braucht, dagegen anzuwirken und dementsprechend Kooperationen einzugehen, mit Schulen, mit Kitas in Berlin, Oberschulen, Grundschulen, gemeinsam mit Sportstrukturen in den einzelnen Kiezen und Bezirken und da eben gemeinsam an einer Idee zu wirken, die vielleicht von Bundesseite noch nicht so hervorgetragen wurde, da einfach trotzdem anzufangen und zu sagen, wir schaffen das irgendwie in so einer Synergie und arbeiten da zusammen, gehen Kooperationen ein und schaffen da eben die Strukturen, die noch nicht so toll da sind und das durfte ich begleiten als Kiez- und Sesariumkoordinatorin, wie du gesagt hast, die letzten sechs, sieben Jahre, bevor ich dann jetzt sozusagen aktiver in den Bereich der Sportpsychologie eingetreten bin, genau, und durfte da für den Bezirk Gruppestadt diese Kooperationen mitverwalten, mit Schulen zusammenarbeiten, mit Kitas zusammenarbeiten. Ich war auch selber viel Kita-Trainerin, also bin auch selber sozusagen aktiv ins Feld gegangen. Das interessiert mich, wie das konkret aussieht. Also ihr geht dann einfach zu den Kitas oder wie kommt man da überhaupt miteinander ins Boot, um da Sport zu machen? Ja, also es ging da drum, so Albermacht Schule war sozusagen diese erste Struktur, die aufgebaut wurde, um einfach auch dem entgegenzuwirken, dass Kinder und Jugendliche vielleicht nicht mehr automatisch nach der Schule im Sport landen, darauf eben nicht zu warten, sondern dorthin zu gehen, sie dort abzuholen, wo sie im Prinzip sehr, sehr viel Zeit verbringen, da mit Sport- und Basketball-AG reinzugehen und daraus dann für den Verein Sport Kinder und Jugendliche eben mitnehmen zu können. Das war so diese erste Struktur, die aufgebaut wurde und relativ schnell wurde. Aber klar, wenn die so in der ersten Klasse ankommen, davor ist schon ganz, ganz viel passiert und dementsprechend sind wir eben auch in die Kitas gegangen und haben da ähnliche Strukturen versucht aufzubauen. Genau, wir gehen da in die Kitas rein, haben ein wöchentliches Bewegungsangebot mit den Jüngsten sozusagen. Also die Jüngsten waren bei mir zwei, drei Jahre. Ja, und es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, da auch im Feld zu sein und da einfach zu sehen, wie das auch nicht nur auf dem Papier, auf dem Konzept sich auswägt, sondern wirklich auch umgesetzt wird. Das ist ein ganz, ganz tolles Konzept, eine ganz tolle Arbeit. Wie bürokratisch ist es eigentlich, solche Kooperationen einzugehen? Als Verein wahrscheinlich gar nicht so sehr, oder? Also ich glaube, da ist Alba, glaube ich, so ein Träger, der immer einfach sehr schnell ins Machen gekommen ist und irgendwie gesagt hat, geht nicht, gibt es nicht und sich dann da einfach hingesetzt hat und gesagt hat, komm, wir müssen natürlich dann auch Bürokratie irgendwie mitnehmen, aber wir fangen einfach trotzdem schon mal an. Dementsprechend kann ich, ich saß da nicht in allen Gremien sozusagen mit drin, das weiß ich gar nicht, wie das so von mir her war. Aber wie hast du es erlebt? Ich glaube, ich würde sagen, wir waren einfach immer aktiv. Wir waren einfach, wir sind da hingegangen, wir haben die Schulen und die Kitas quasi fast direkt gefragt, ob sie da Lust haben, das mit uns zu machen. Die meisten haben eigentlich immer Ja gesagt und dann die nächsten Schritte, um das dann zum Beispiel eben auch Förderungen zu schaffen, gerade für die Kitas, die keine Budgets und keine Töpfe haben für solche Projekte. Da war das total wichtig, dass wir dann eben auch mit Strukturen in Kontakt gekommen sind, die Förderungen möglich machen. Zum Beispiel der AOK ist ein Gesundheitspartner. Genau, das wollte ich gerade sagen, wie wird das finanziert? Das ist ja immer so auch die ganz große Frage, Ideen für gute Taten hat man, aber die müssen ja am Ende des Tages auch bezahlt werden. Absolut. Ich glaube, sich da irgendwie breit aufstellen, GesundheitspartnerInnen zu suchen, das war glaube ich so, ja, das ist was irgendwie effektiv war und am Ende, dass es einfach funktioniert hat. Ich glaube, das ist total wichtig. Hast du Tipps für andere, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich möchte eine Sportförderung auch selbst in die Hand nehmen, was man da tun kann, so a la just do it, so geht's? Also ich glaube, wie gesagt, so das Wichtigste ist wirklich dieser Austausch, diese Kooperation mit den Schulen, mit den Kitas einzugehen, sich da gemeinsam an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wie kann es denn funktionieren, wo kann Förderung herkommen? Es gibt da glaube ich immer jemand, der hat ein bisschen Erfahrung damit, dass es auch gerade wie Alba sozusagen da vorangeht, mit dem bundesweiten Projekt sozusagen, diese Alba-Idee auch an andere Standorte zu bringen. Und am Ende geht es da eigentlich immer um dieses Vernetzungsthema mit AkteurInnen im Sport. Also da wirklich auf gemeinsame Sache. Es geht gar nicht darum, dass Alba das alles alleine macht, sondern wirklich immer in Kombination, in Kooperation mit anderen. Und damit ist Alba auch eine Inspiration und ein Vorbild für andere Profivereine. Deswegen gibt es jetzt auch Profivereine machen Schule. Inwiefern hat da Alba angeschoben? Also der Kernslogan war, oder bei uns ist Alba macht Schule, beziehungsweise Profivereine machen Schule. Das ist dieser Zusammenschluss dann eben der Profi-Clubs in Berlin zusammen mit der Senatsverwaltung für, ich glaube, Bildung, Jugend und Wirtschaft und dem Bundesinnenministerium. Das ist so dieser große Zusammenschluss, der eben diese Förderung sozusagen weiter versucht und das etwas breiter ausrollt. So ein bisschen nach der Idee, wie Alba schon länger arbeitet, ja. Also Alba ist vorbildhaft vorangegangen. Für uns bleibt festzuhalten. Wir sind uns, glaube ich, da auch einig. Es kann nie zu früh losgehen. Also gerne die Förderung schon im Kindesalter. Und vor allen Dingen kommt ins Machen, nicht nur ins Konzipieren. Richtig, absolut. Flickflack. So, wir bleiben quasi bei Alba. Zumindest was die Sportart betrifft. Die Uni-Basketballerin, für die Fans tausende Dollar Eintritt zahlen. Elisa, wer könnte das sein? Lass mich kurz überlegen. Aber ich glaube, da ist so ein Name, der sehr viel in den Schlagzeilen in der letzten Zeit war. Caitlin Clark wolltest du, glaube ich, wahrscheinlich ansprechen. Genau, Fans sind bereit, für die ganz viele Reisekilometer auf sich zu nehmen, hohe Ticketpreise zu bezahlen oder, wenn sie keine Tickets mehr bekommen, vor der Klotze zu sitzen. Und das ist tatsächlich im Moment so, dass man so sagt, keine andere Athletin begeistert so sehr die Amis aktuell, wie eben diese College-Basketballerin Kathleen Clark. Im Schnitt macht sie 32 Punkte pro Spiel. Das habe ich gerade im aktuellen Spiegel gelesen. Und vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen länger her, brach sie auch den geschlechterübergreifenden Punkterekord im College-Basketball. Damals waren es 3685 Punkte, die sie da erzielt hat. Wie gesagt, auch in der binären Geschlechterwelt mit Männern und Frauen ist sie da übergreifend die beste, die Rekordhalterin. Auf Insta hat sie auch schon 1,2 Millionen Follower. Tendenz natürlich steigend. Und Kathleen Clark steht natürlich nicht nur für sich, sondern auch als Gesicht, als Person für den Boom im Basketball der Frauen. Gehörst du denn zu den Followern von ihr auf Instagram, zu diesen 1,2 Millionen Followern? Tatsächlich, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, bin ich da relativ spät auf diesen Zug eingestiegen, weil ich mich irgendwie doch sehr so viel mit meiner Arbeit hier auch in Deutschland beschäftige. Und die Arbeit ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders als in den USA College-Basketball. Und dadurch, dass ich selber jetzt nicht so Basketballerin bin, komme ich da, glaube ich, manchmal so ein bisschen spät an. Aber an ihr kommt man ja absolut nicht vorbei. Dementsprechend krasses Phänomen gerade und ganz, ganz wichtig für den Basketball, für den Frauenbasketball, national, international. Ja, das sind ganz wichtige Beispiele gerade. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr genau dieser Beispiele, die präsent sind, die sichtbar sind, gerade für den Frauensport an sich, aber auch dann eben in dem Fall für den Frauenbasketball. Ich glaube, wir haben hier eigene schöne Beispiele, gerade mit unserem Frauenteam, das sich das erste Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert hat, dieses Jahr in Paris. Historisch! Ich glaube, das sind alles historisch, absolut historisch. Und dort eben auch ganz tolle Figuren, die im deutschen Kontext, aber dann dadurch, dass sie eben auch in den USA spielen, die Savali-Schwestern zum Beispiel, die da einfach für sorgen, dass das so ein bisschen sozusagen für uns hier rüberschwappt. Und da wir diese Energie, die es in den USA durch College Basketball schon einfach stärker vielleicht noch gibt, als hier in Deutschland, ja, dass wir einfach ein bisschen mehr auch von diesem Hype noch mitbekommen. Dementsprechend absolut wichtig. Der vielversprechende News-Zugang. Es gibt einen Hype nicht nur um Kathleen Clark, sondern auch um den College Basketball insgesamt. Denn 52 Prozent der 100 besten NIL-Deals der National Collegiate Athletic Association und deren Athletes, ist ein bisschen jetzt Deutsch-Englisch gemischt, verzeiht es mir bitte alle, sind weiblich. Darauf will ich hinaus. Sagt ihr erst mal dieses NIL-Neal-Geschrieben als Schlagwort etwas? Ich musste es tatsächlich kurz nachschauen und kam dann aber relativ schnell drauf, dass es darum geht, dass sie ja normalerweise kein Geld verdienen als UnisportlerInnen. Aber durch diese Gesetzesänderung und diese NIL-Verträge ist es eben möglich. Und dadurch können die auf einmal ganz schön viel Geld verdienen. Das sind ganz schön krasse Summen. Genau, diese NIL kurz steht für Name-Image-Likeness. Genau. Und du hast es gerade eigentlich schon vortrefflich beschrieben. Dadurch können eben EinzelsportlerInnen Einnahmen generieren. Ja, aus sich selbst heraus. So kann man es so sagen. Im Prinzip durch, ja, man könnte sagen, durch Vermarktung ihrer Persönlichkeitsrechte. Genau. Gut, da sind wir uns schon mal einig. Und eben zurück jetzt noch mal zu dieser aktuellen Nachricht, wo wir das jetzt geklärt haben. Mehr als die Hälfte, nämlich 52 Prozent der Liste der College-SportlerInnen mit den meisten NIL-Verträgen in der Saison 2023-2024 sind AthletInnen. Das ist ein Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So der Sponsor United-Bericht zu den NIL-Marketing-Partnerschaften 2023-2024. Also ist so eine Sportvermarktungsnachricht, die uns jetzt auch alle ereilt hat. Und damit ist es eben so, das will ich jetzt auch noch erwähnen, damit wir alle wirklich auf dem Informationsstand sind, um einen Smalltalk auch führen zu können. Weibliche AthletInnen sind auf der Liste oder haben im Durchschnitt 3,5 Verträge im Vergleich zu ihren männlichen Athleten abgeschlossen, die nur 2,5 Verträge da generiert haben. Ja, also das hat auch was mit der zunehmenden Popularität eben des Frauen-College-Basketballs zu tun, dass es eben mehr geworden sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind da nämlich mehr Verträge mit SpielerInnen abgeschlossen worden. 60 Prozent Steigerung war es da. Wie siehst du da jetzt, sagen wir, da boomt es so in den USA. Wie ist es in Deutschland? Welche Entwicklung nimmst du da wahr? Also abseits des Sportlichen, sondern auch in dem monetären Bereich, im Fußball der Frauen, reden wir jetzt ja auch ständig darüber. Du bist auch bei Union Berlin. Da merkt man, da tut sich was. Wie ist es im Basketball? Ja, ich finde sehr, sehr ähnliche Strukturen wie jetzt zum Beispiel, die ich erlebe bei den Union Frauen, natürlich ganz andere Strukturen als in den USA. Wir haben nicht, also dieses College-Basketball-Phänomen und auch diese NIL-Verträge sind mir so noch nicht begegnet. Aber was ich wichtig und was ich gut finde, ist einfach, dass so ein grundsätzlicher Blick auf Professionalisierung entsteht und dadurch eben die SpielerInnen sowohl jetzt bei Basketball als auch beim Fußball einfach mehr Optionen haben, mehr Möglichkeiten haben, sich wirklich auf ihren Sport zu konzentrieren, damit Geld zu verdienen. Natürlich immer noch ganz konträr zu den Männerverträgen, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist, glaube ich, es sind ganz, ganz wichtige Schritte in die richtige Richtung, die einfach wieder zeigen, nur allein mit Leistung ist es halt nicht getan, sondern wir brauchen einfach auch Strukturen und Strukturen sind eben auch zum Beispiel Verträge zu haben. Genau, das ist richtig, weil du es gerade ansprichst, der Unterschied zwischen Basketballern und Basketballerinnen auch in den USA ist enorm hoch. Also in der NBA verdienen männliche Spieler oder Spieler im Schnitt 5,3 Millionen US, Dollar und damit 41 Mal so viel wie WNBA-Spielerinnen. Die haben so ein Durchschnittsgehalt von 130.000 US-Dollar. Das ist auch eine Menge, aber im Vergleich eben wieder mit den Männern ist das natürlich schon ein großer Gap, der da entsteht. Und ich glaube, das macht auch genau diese Meldung noch mal so extrem, die jetzt gerade im College Basketball passiert, dass da tatsächlich ja auch die zum Teil als Unisportlerinnen und Sportler mehr verdienen als in der WNBA im Moment durch diese Möglichkeit der Vermarktung. Und da noch ergänzend, Finanzexpertinnen und Experten schätzen, dass der Sport der Frauen dieses Jahr erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz knacken wird. Also es soll ein richtiges Rekordjahr für den Spitzensport der Frauen werden. Und dieser Gesamtwert wird voraussichtlich mindestens 300 Prozent höher sein als bei ihrer letzten Prognose. Das hat die Lloyd herausgebracht. Und die letzte Studie oder Prognose war 2021. Also vor drei Jahren wurde das noch deutlich anders eingeschätzt. Und die Prognose impliziert kommerzielle Einnahmen und Einnahmen aus den Spieltagen. Und Nordamerika und Europa werden voraussichtlich der größte Markt dafür sein. Und die beiden wertvollsten Sportarten sind Fußball und eben der Basketball, der zu dieser Entwicklung dann eben beitragen wird. Und wer sich für diese Studie auch noch interessiert und überhaupt für diese wirtschaftlichen Hintergründe, verlinken wir alles in den Shownotes. Das Projekt Frau im Leistungssport vom Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig hat mit dem Netzwerk Sportgynäkologie eine Landkarte ins Leben gerufen, wo ihr Spezialistinnen und Spezialisten für sportgynäkologische Fragestellungen finden könnt. Die Seite, die verlinken wir sehr gerne. Und ich finde das richtig gut und wichtig, denn über Vaginalgeruch wird zum Beispiel oft verschämt gesprochen. Was ist eigentlich gesund? Was ist üblich? Und am besten bespricht man das natürlich einmal mit der Gynäkologin, mit dem Gynäkologen, um einmal alles abklären zu lassen, dass es auch wirklich gesund zugeht. Aber grundsätzlich könnt ihr, liebe Frauensternchen, auch selbst etwas tun, um sich mit dem eigenen Duft wohlzufühlen. Dazu drei Hinweise von mir. Wenn ihr Sport macht, beim Training ist es gut, atmungsaktive, bequeme Wäsche zu tragen, damit es weniger reibt und auch nicht zu schwitzig wird, was beides den Vaginalgeruch beeinflussen kann. Zweitens, damit total locker umgehen und das auch mal bei anderen ansprechen, zum Beispiel wie ich jetzt. Ich mache nämlich weiter. Der Vaginalgeruch kann sich nicht nur im Laufe der Zeit, sondern zum Beispiel auch zyklusbedingt oder durch bestimmte Ernährungsformen verändern. Denn die Vaginalflora setzt sich aus einer individuellen Vielfalt von guten und schlechten Bakterien zusammen und ist eben in ständiger Veränderung. Gut, dass man drüber spricht und das weiß. Und was ich neben einer Portion Wissen und Lockerheit auch empfehle, was ihr nutzen könnt. Und hier komme ich zu Punkt drei. Ist das Femi-Wash-Gel oder Inti-Fresh-Tücher von Multigün? Die unterstützen, wenn ihr möchtet, eure tägliche Pflege. Mir persönlich ist es wichtig, das Thema Intimgesundheit zu entstigmatisieren. Für Scham gibt es nämlich keinen Grund. Und alle Informationen von unserem Sponsoring-Partner Multigün findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Lieblingsthema heute, wenn die Liebe zum Problem wird. In England wird aktuell die Frage gestellt und auch debattiert, sind Liebesbeziehungen innerhalb von Sportteams okay? Alle sind sich in England einig. Nicht, wenn Trainer oder Manager involviert sind. Im englischen Frauenfußball gibt es dazu eine aktuelle Diskussion, aufgehagen an Willie Kirk. Der trainierte das Fußball-Frauenteam von Leicester City und hatte angeblich eine Liebesbeziehung mit einer Spielerin und wurde daraufhin jetzt auch entlassen. Und Chelsea-Coach Emma Heiss verurteilt nicht nur zum Schutz aller Beteiligten Beziehungen zu den jeweiligen Trainern oder Managern, sondern sie prangert auch Beziehungen zwischen Spielerinnen des selben Teams an. Und damit hat sie in England für einen Aufschrei und auch anderswo gesorgt. Denn es gibt zahlreiche Liebespaare, zumindest im Frauenfußball ist das bekannt, auch in ihrem eigenen Team, das sie trainiert bei Chelsea. Zum Beispiel Jessica Carter und die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger sind zusammen. Oder jetzt auch, wenn man in die Fußball-Bundesliga guckt, da spielen zum Beispiel Magdalena Eriksson und Pernil Hader gemeinsam für den FC Bayern München als Paar. Gibt es, Elisa, weil du dich eben, ich frage dich jetzt nochmal zu Basketball, gibt es da auch im Basketball bekannte Paare? Bestimmt, die ich jetzt nicht so mit Namen kenne und vielleicht auch nicht outen möchte dann, aber wenn sie es nicht schon selber getan haben. Aber dass es das auf jeden Fall gibt, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade die Basketball-Bubble in Deutschland ist dann doch sehr überschaubar und klein. Die Spielerinnen, die kennen sich untereinander und da bleibt es mit Sicherheit auch nicht aus, dass da Liebesbeziehungen entstehen. Auch innerhalb der Vereine ist das bestimmt schon vorgekommen, tatsächlich bei uns noch nicht. Aber es ist, glaube ich, ja, ist das ein Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz entstehen Beziehungen, die trainieren sehr, sehr viel, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Ja, also im Fußball der Frauen wird sehr viel darüber zum Beispiel ja auch geschrieben. Also jetzt nicht nur die große Boulevardzeitung, die darüber berichtet, sondern man liest es in diversen Online-Artikeln, kann man überall nachvollziehen, wer mit wem zusammen ist. Also ist gar nicht immer so ein Staatsgeheimnis. Was sagst du aber als Psychologin dazu? Welche Dynamik, welche Auswirkungen hat es denn, wenn in einem Team wirklich Liebespaare auch unterwegs sind? Also ich glaube, die zwischen TrainerInnen und SpielerInnen hast du, glaube ich, eingangs ja schon so ein bisschen beschrieben, dass das auf jeden Fall etwas ist, was unterbunden wird. Da entsteht, glaube ich, einfach zu viel Interessenkonflikt und auch Machtgefälle. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das wird wahrscheinlich meistens nicht gut werden. Zwischen SpielerInnen finde ich es schon auch immer nicht sehr, sehr einfach. Da braucht es schon sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Kommunikation auch. Und ja, es ist, glaube ich, nicht immer so einfach, das dann so strikt zu trennen, Privates und dann der Sport, das Berufliche. Es gibt gute Beispiele, dass es funktioniert, aber es gibt eben auch Beispiele, die ich auch schon miterlebt habe, wo es sich dann doch einfach gerade im Teamsport auf ein Team ausgewirkt hat und wo wir dann auch daran arbeiten mussten, wie kann das gut funktionieren, wenn dann da Beziehungen auseinanderbrechen oder eben nicht. Also es ist schon nicht ganz ohne. Kamen denn auch schon SpielerInnen auf dich zu? Ich gender jetzt gar nicht, weil ich jetzt gerade, jetzt reden wir gerade über den Kosmos tatsächlich, von weiblichen Personen. Also kamen schon SpielerInnen auf dich zu und haben gesagt, ich habe mich jetzt verliebt in jemanden aus dem Team. Wenn ja, was hast du da geraten oder was würdest du raten im Falle, dass jemand zu dir käme und da eben deine psychologische Unterstützung braucht? Ja, also ich glaube, da ist es in dem Falle ganz gut und auch wichtig, dass ich sozusagen als, ja dann auch eher außenstehendere Person, als Sportpsychologin da so ein bisschen wirken kann, wo man dann eben auch hingehen kann und auch diese Themen besprechen kann. Weil am Ende des Tages würde ich das auch tun, wenn das um ein Thema geht, das eine Spielerin von außen reinbringt. Auch da geht es manchmal um Beziehungsthemen, die dann Auswirkungen haben können auf den Sport. Also dementsprechend einfach erst mal die Präsenz zeigen, dass sie eine Ansprechperson haben und dann gemeinsam an Ideen arbeiten, wie das gut für alle Seiten funktionieren kann, und dass eben der Sport und die sportliche Leistung darunter möglichst wenig bis gar nicht leidet. Das ist am Ende des Tages ja immer das Ziel. Du würdest aber nicht strikt sagen, okay, das geht überhaupt nicht zueinander, weil es ein totaler Kontrapunkt zur Professionalisierung ist? Finde ich persönlich selber schwierig zu beurteilen. Ich glaube, wenn, dann müsste es da von Vereinsseite Regelungen geben. Ich persönlich würde da jetzt niemals hingehen und sagen, das könnt ihr nicht machen. Wir sind am Ende des Tages alle Menschen, und wo die Liebe hinfällt. Können wir vielleicht nicht immer so entscheiden. Dann ist eher die Frage, wie gehen wir damit um und wie gibt es den bestmöglichen Umgang? Da bin ich gleich gespannt. Ich würde nämlich gerne mit dir noch über einen weiteren Beziehungspunkt innerhalb von Teams sprechen, nämlich wenn Geschwister zusammenspielen. Ready, steady, go. Das deutsche Frauen-Eishockey kämpft sich aus der Nische und will es bei der Weltmeisterschaft, die bis zum 14. April läuft, in den USA ins Viertelfinale schaffen und damit weiter an die Weltspitze heranrücken. 2023 kam das Team schon mal ins Viertelfinale. Beim Turnier 2022 allerdings verhinderte damals nur ein Tor von Tanja Eisenschmidt in der Schlusssekunde des abschließenden Gruppenspiels tatsächlich den Abstieg. und ihre Schwester Nicola Eisenschmidt, sie spielt auch beim deutschen Meister Memmingen und ist jetzt bei dieser WM dabei. Die gibt sich sehr optimistisch und sagt, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Wir werden es auf jeden Fall eben in das Viertelfinale schaffen. Das bringt mich jetzt zur Frage, Liebes- oder Geschwisterbeziehung? Ist da ein Unterschied im Teamsport? Ich glaube schon ein bisschen, würde ich jetzt aus einem ersten Impuls heraus sagen, weil da vielleicht nicht so typische Themen, die jetzt in der Liebesbeziehung dann auch mal in den Sport mit reintreten, in so einer Geschwisterbeziehung, in so einer Geschwisterdynamik passieren. Natürlich gibt es auch da Dynamiken, auf die man, glaube ich, sehr genau aufpassen muss. So wie ich es erlebt habe, es gibt einiges an Geschwisterpaaren, die ich kennenlernen durfte, aktuell auch bei Union. Und die Wendina und ihre Zwillingsschwester. Genau, genau. Und da erlebe ich das eigentlich, dass es für alle vielleicht kurz einzuordnen. Die eine spielt in der Abwehr, die andere im Sturm. Richtig. Und das erlebe ich als totalen Mehrwert auch für die beiden. Die haben da, glaube ich, einen ganz, ganz tollen Austausch miteinander. Die machen das sehr, sehr gut miteinander. Freuen sich da auch einfach, dass sie das zusammen teilen können. Ich glaube, das ist, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, ein anderes Beispiel sind die Sabali-Schwestern, die quasi ja beide maßgeblich da auch mit für gesorgt haben, dass wir diesen Einzug zu den Olympischen Spielen geschafft haben. Auch da habe ich eine sehr schöne Dynamik eigentlich wahrgenommen. Also ich glaube, es kann auch sehr, sehr viel Potenzial birgen. Naja, aber man könnte ja auch sagen, die Schmetterlinge könnten ja auch eine ganz tolle Dynamik für so ein Team bergen, was sie damit einbringen können. Mehr überschüssige Energie, die dafür verwendet werden kann. Genau, wenn es bei den Schmetterlingen bleibt, ja. Aber du hältst es eben da gefährlicher, weil es eher auch in die Brüche gehen könnte, während bei Geschwistern so eine gewisse Unerschütterlichkeit immer vielleicht mitgedacht wird. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen am Ende oder könnte am Ende so der kleine, aber feine Unterschied sein. Natürlich auch, kann ich mir vorstellen, gibt es Konkurrenz unter Geschwistern. Gerade wenn es bei Geschwisterpaaren um eine gleiche Position geht. Ich glaube, das kann auch noch mal zu Schwierigkeiten führen. Ich glaube, die Orschmanns und auch die Saballi-Schwestern sind so Beispiele, dass die einfach auch auf unterschiedlichen Positionen spielen, also sich gar nicht unbedingt das streitig machen. Das kann natürlich ein Faktor sein. Und grundsätzlich ist da, vielleicht kommt da noch mal so ein bisschen eine andere Kraft zum Tragen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn Beziehungen, Liebesbeziehungen gut funktionieren, können sie auch zu dieser Kraft mit dazu beitragen. Auf jeden Fall. Und noch einmal zurück zur Weltmeisterschaft im Eishockey. Am Donnerstag spielt Deutschland gegen Dänemark. Danach folgen die Spiele gegen Japan, Schweden und China. Und Elisa, weißt du, wer der Top-Favorit ist? Ich hätte ganz spontan irgendwie sowas wie Kanada sagen. Damit bist du total gut unterwegs. Kanada ist die Rekordnation mit elf Titeln bei der Eishockey-Frauen-Weltmeisterschaft. Am zweithäufigsten hat die USA gewonnen, die im Moment auch amtierende Weltmeisterin sind. Die liegen mit zehn Titeln auf Platz zwei. Und damit gehen alle Titel bei einer Eishockey-Frauen-Weltmeisterschaft seit 1990 an nordamerikanische Teams. Wow. Ja, das ist auch schon das Ende dieser Sports-Idols-Medienschau. Elisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns die Schlagzeilen und Themen des Sports besprochen hast. Vielen Dank auch an meiner Seite. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich danke auch an euch fürs Zuhören. Es ist immer eine Freude, dass ihr hier mit dabei seid. Hört diesen Podcast natürlich selbstverständlich gerne selbst, aber teilt ihn auch mit anderen Leuten, die sich für Sport interessieren. Und wenn ihr zufrieden seid mit dem, was ihr hört, dann gebt uns auch gerne fünf Sterne auf eurer Lieblings-Audio-Plattform. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt sportlich und bleibt munter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.